Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann. Heilandsworte Billiarden und Millionen Mal, mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Billiarden und Millionen Mal, ob dann die Bluttränen dem Himmelschen Vater für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Und ich kann sie retten. Verkünde es. Heilandsworte Ich brauche Sühneselen, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten. Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder. Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft und auch ich segne euch, eure liebe Mutter. Amen. Heiliger Josef, der Vater Jesu Christi und wahre Bräutigam, der allerheiligsten Jungfrau Maria Bitte für uns und alle Sterbenden dieser Nacht. Amen. Jesus, Maria und Josef, wir lieben euch. Rettet alle Seelen, besonders die Priesterseelen und die Gottgeweihten. Mit der großen Bitte, diesen Liebesakt mit jedem Atemzug, mit jedem Pulsschlag tausendmal wiederholen zu dürfen. Amen. Amen.